Haben Sie sich jemals gefragt, welches Geheimnis in den Tiefen Ihres Seins verborgen liegt, bereit durch die uralten Symbole, die in unserem Blut kodiert sind, enthüllt zu werden? Die Menschheit steht seit Anbeginn der Zeit in Ehrfurcht vor der komplexen Bedeutung und der tiefgreifenden Verbindung unseres Blutes mit den essentiellen Aspekten unseres Lebens. In diesem ausführlichen Video nehmen wir Sie mit auf eine fesselnde Entdeckungsreise in die Welt der symbolischen und spirituellen Dimensionen, die unser Blut umfasst, und erforschen dessen Rolle als kraftvoller Spiegel, der die subtilsten Nuancen unseres Inneren Selbst reflektiert. Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Analyse der verschiedenen Blutgruppen und erfahren Sie, wie jede von Ihnen spezifische psychologische Eigenschaften und tief verwurzelte spirituelle Tendenzen aufzeigt. Wir werden die vielfältigen Pfade aufzeigen, auf denen Sie durch introspektive Betrachtung ihrer eigenen Blutgruppe Zugang zu bisher unerschlossenen inneren Ressourcen finden können. Darüber hinaus beleuchten wir die fesselnde Theorie der psychologischen Synergien zwischen den Blutgruppen und entfalten die Hypothese, dass unser Blut ein Schlüssel zu verborgenen Schätzen unseres psychischen Erbes und kollektiven Bewusstseins sein könnte. Indem Sie uns auf dieser tiefgründigen Reise begleiten, treten Sie in einen heiligen Raum der Selbstreflexion und Erkenntnis ein. Die Perspektiven und Einsichten, die wir gemeinsam erforschen werden, versprechen nicht nur ein erweitertes Verständnis Ihrer individuellen Essenz und Herkunft, sondern auch einen Einblick in den wertvollen Beitrag, den Sie in diesem Web des Lebens leisten. Ihre Investition in diese Zeit des Zuhörens und Lernens wird zu einem unvergesslichen Abenteuer der Selbstentdeckung, das die Tür zu tiefgreifenden persönlichen Transformationen und einem erweiterten Bewusstsein für die verborgenen Zusammenhänge unserer Existenz öffnet. Asterisk Typ O Die Verbindung mit der Erde Personen mit der Blutgruppe O symbolisieren die starke Verbindung zu den elementaren Kräften der Erde. Sie stehen für Stabilität, Ausdauer und eine tiefe Verwurzelung in der physischen Welt. Diese Individuen spiegeln die Weisheit alter Zivilisationen wider und tragen ein intuitives Verständnis für die natürliche Ordnung der Dinge in sich. Ihre psychische Intuition und Fähigkeit, zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen zu navigieren, deutet auf eine tiefe Verbundenheit mit dem kollektiven Unbewussten hin. Um ihre psychologischen Fähigkeiten zu fördern, sollten Menschen mit Blutgruppe O-Praktiken wie Meditation, Naturverbundenheit und kreativen Ausdruck erforschen. Diese Aktivitäten können helfen, ihre innere Weisheit zu erschließen und ein tieferes Verständnis für die verborgenen Ströme des Lebens zu entwickeln. Ihre natürliche Resilienz und Fähigkeit, Inspiration aus der Tiefe ihres Seins zu ziehen, macht sie zu unerschütterlichen Suchern nach Wahrheit und Selbstverwirklichung. Die Landschaften des Bewusstseins und die Wiederentdeckung ihrer tiefen Verbindung mit der universellen Weisheit, die durch die Stimmen der alten Weisen und Visionäre getragen wird. Asterisk Typ A, die Vermittler des Bewusstseins. Personen mit der Blutgruppe A werden als Vermittler des Bewusstseins gesehen, die eine Brücke zwischen der materiellen Welt und den subtilen Energien des Universums schlagen. Sie ziehen ihre Inspiration aus den alten Traditionen der nordischen Völker und der reichen heidnischen Kultur, wobei sie die Prinzipien des universellen Austauschs in ihrem Wesen verankern. Typ A's sind bekannt für ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Liebe zum Detail, was sie besonders geschickt in der Interpretation der Muster macht, die sowohl in der Natur als auch im Kosmos zu finden sind. Um ihr spirituelles Potenzial zu entfalten, wird Personen mit Blutgruppe A empfohlen, sich auf physische und metaphorische Reisen zu begeben, die sie zu Orten von großer Energie und historischer Bedeutung führen. Meditationen im Mondschein und die Erforschung der Sterne dienen dazu, ihre Intuition zu wecken und ihre Verbundenheit mit dem All zu stärken. Indem sie die Grenzen des Bekannten erweitern, erwecken sie ihren Abenteuergeist und öffnen sich für die unendlichen Möglichkeiten des Universums. Typ B, die Hüter der Sirius-Energien. Individuen der Blutgruppe B gelten als Hüter der tiefen Geheimnisse, die mit dem Stern Sirius verbunden sind. Diese Seelen besitzen eine spirituelle Tiefe, die oft als außerirdisch wahrgenommen wird und teilen eine Resonanz mit Frequenzen, die über das alltägliche Leben hinausgehen. Um ihre spirituellen Kräfte zu aktivieren, sollten Typ B-Personen die Einzigartigkeit ihres Wesens umarmen und ihre Verbindung zu höheren Bewusstseinsebenen durch Meditation und die Harmonie mit der Natur vertiefen. Typ AB, die Vereiniger der Dualitäten. Individuen mit der seltenen Blutgruppe AB gelten als einzigartige Seelen, die jenseits konventioneller Kategorien existieren. Sie sind als spirituelle Alchemisten bekannt, die Gegensätze in harmonische Ganzheiten transformieren. Um ihre spirituellen Fähigkeiten zu entdecken, sollten ABs ihre Vielseitigkeit annehmen und in ihrer Meditationspraxis die Verschmelzung von Gegensätzen erforschen, wodurch sie ein tiefes Verständnis für die Einheit allen Seins erlangen. RA-negative Blutgruppen Die interdimensionalen Reisenden Individuen mit RA-negativen Blutgruppen empfinden oft eine tiefe Verbindung zum Universum, als wären sie hier, um Brücken zu anderen Realitäten zu bauen. Als interdimensionale Reisende suchen sie nach dem Geheimnisvollen und dem Esoterischen. Um ihre spirituellen Gaben zu entfalten, sollten sie mutig die Grenzen des Verständnisses erweitern, indem sie Techniken wie Meditation, luzides Träumen und die Verbindung mit der Natur nutzen, um Einsichten aus anderen Dimensionen zu gewinnen. RH-Positive Die Verwandlungsmeister des Herzens Auch wenn sie vielleicht nicht so geheimnisumwittert sind wie ihre RH-negativen Pendants, verbergen RH-positive Personen tiefe spirituelle Talente in ihrem Wesen. Als Verwandlungsmeister des Herzens sind sie in der Lage, aus den Schatten des Lebens leuchtende Funken der Hoffnung zu schmieden. RH-positive sind die stillen Helden, die durch ihre Taten der Güte und Mitgefühl eine Welle der positiven Veränderung in der Welt auslösen. Ihre Stärke liegt in ihrer Fähigkeit, durch das Prisma der Liebe dunkle Ecken der menschlichen Erfahrung zu erleuchten. Typ B Die Hüter der Sirius-Energien Individuen der Blutgruppe B gelten als Hüter der tiefen Geheimnisse, die mit dem Stern Sirius verbunden sind. Diese Seelen besitzen eine spirituelle Tiefe, die oft als außerirdisch wahrgenommen wird und teilen eine Resonanz mit Frequenzen, die über das alltägliche Leben hinausgehen. Um ihre spirituellen Kräfte zu aktivieren, sollten Typ B-Personen die Einzigartigkeit ihres Wesens umarmen und ihre Verbindung zu höheren Bewusstseinsebenen durch Meditation und die Harmonie mit der Natur vertiefen. Typ AB Die Vereiniger der Dualitäten Individuen mit der seltenen Blutgruppe AB gelten als einzigartige Seelen, die jenseits konventioneller Kategorien existieren. Sie sind als spirituelle Alchemisten bekannt, die Gegensätze in harmonische Ganzheiten transformieren. Um ihre spirituellen Fähigkeiten zu entdecken, sollten ABs ihre Vielseitigkeit annehmen und in ihrer Meditationspraxis die Verschmelzung von Gegensätzen erforschen, wodurch sie ein tiefes Verständnis für die Einheit allen Seins erlangen. RA-negative Blutgruppen Die interdimensionalen reisenden Individuen mit RA-negativen Blutgruppen empfinden oft eine tiefe Verbindung zum Universum, als wären sie hier, um Brücken zu anderen Realitäten zu bauen. Als interdimensionale Reisende suchen sie nach dem Geheimnisvollen und dem Esoterischen. Um ihre spirituellen Gaben zu entfalten, sollten sie mutig die Grenzen des Verständnisses erweitern, indem sie Techniken wie Meditation, luzides Träumen und die Verbindung mit der Natur nutzen, um Einsichten aus anderen Dimensionen zu gewinnen. RH-Positive Die Verwandlungsmeister des Herzens Auch wenn sie vielleicht nicht so geheimnisumwittert sind wie ihre RH-negativen Pendants, verbergen RH-Positive Personen tiefe spirituelle Talente in ihrem Wesen. Als Verwandlungsmeister des Herzens sind sie in der Lage, aus den Schatten des Lebens leuchtende Funken der Hoffnung zu schmieden. RH-Positive sind die stillen Helden, die durch ihre Taten der Güte und Mitgefühl eine Welle der positiven Veränderung in der Welt auslösen. Ihre Stärke liegt in ihrer Fähigkeit, durch das Prisma der Liebe dunkle Ecken der menschlichen Erfahrung zu erleuchten. Blutgruppen und Seelenverbindungen Unsere Blutgruppen bieten faszinierende Einblicke in die Verbindungen, die wir auf Seelenebene eingehen können. Es gibt Konstellationen von Blutgruppen, die eine besondere Harmonie erzeugen. Und wenn solche Individuen zusammenfinden, entsteht eine tiefe und bedeutungsvolle Resonanz. B+, und AB Die innovativen Wegbereiter Die Begegnung zwischen Typ B und AB kreiert eine dynamische Partnerschaft, in der ihre gemeinsame Liebe zur Entdeckung und Innovation zum Vorschein kommt. Diese Verbindung inspiriert dazu, über das Gewohnte hinauszudenken und gemeinsam neue Pfade zu erkunden, was zu gegenseitiger Inspiration und bahnbrechenden Ideen führt. B+, und O Die harmonischen Entdecker Die Harmonie zwischen Typ B und Typ O schafft eine einzigartige Allianz, in der die tiefe Verbundenheit von Typ O mit der Erde und der Abenteuergeist von Typ B sich vereinen. Diese Paarung bringt eine außergewöhnliche Balance hervor, die es beiden ermöglicht, die Wunder des Lebens mit einer Mischung aus Leidenschaft und Ruhe zu erforschen. Asterisk A+, und AB Die Brückenbauer des Wissens Wenn sich Typ A und AB vereinen, entsteht eine kraftvolle Symbiose, die die Tiefen des Wissens und der Kreativität vereint. Typ ABs Visionäre Perspektive wird durch Typ A's strukturierten Ansatz geerdet, was die Manifestation von innovativen Konzepten ermöglicht, die dazu beitragen, die Brücke zwischen dem himmlischen und dem irdischen zu schlagen. Die Gestalter harmonischer Welten Die dynamische Kombination aus Typ A und O verwandelt sie in Gestalter harmonischer Welten, die Meisterwerke erschaffen, indem sie Kunst mit Funktionalität verweben. Typ A bringt Ordnung und Klarheit, während Typ O die Essenz der Intuition und des Flusses beisteuert. Gemeinsam kreieren sie Orte, an denen sich die Schönheit des Himmels und die Kraft der Erde treffen. Die Visionären Transformierer Die Partnerschaft zwischen Typ B und AB entfacht ein Feuerwerk kreativer Energie, das die Fähigkeit zur Transformation besitzt. Diese einzigartige Verbindung treibt den Wandel voran und verschmilzt logisches Denken mit künstlerischer Freiheit, um Erkenntnisse hervorzubringen, die den Rahmen des Gewöhnlichen sprengen. Die Brückenbauer zwischen Welten Die Verbindung von Typ A's analytischem Geist mit der grenzenlosen Vorstellungskraft von Typ AB schafft eine Art von Brückenbau, der das Konkrete mit dem Abstrakten verbindet. Diese Kollaboration demonstriert, wie logisches Denken und spirituelle Einsichten gemeinsam die Grundlage für neue Realitäten legen können, die das Beste aus beiden Welten in sich vereinen. Die Harmonisierer des Seins, das Zusammenspiel von Typ O's tiefer Erdverbundenheit und Typ AB's universeller Sichtweise, schafft ein perfektes Gleichgewicht, das die physische und metaphysische Welt vereint. Ihre intuitive Verbindung ermöglicht es ihnen, als Katalysatoren für Heilung und Verständnis zu fungieren, indem sie die Dualität von Körper und Geist überbrücken und den Weg für eine umfassendere Integration menschlicher Potenziale ebnen. In diesen Kombinationen offenbaren sich die Schätze der Zusammenarbeit und des kollektiven Wachstums, die zeigen, dass unsere individuellen Beiträge zusammenfließen, um das umfassende Mosaik der menschlichen Erfahrung zu gestalten. Jeder Pfad bietet eine einzigartige Perspektive auf das gemeinsame Ziel, unser kollektives Bewusstsein zu erweitern und zu vertiefen. Meine Lieben, während wir diese Reise des Verständnisses und der Selbstentdeckung gemeinsam beschreiten, möchten wir Sie einladen, ein Teil unserer wachsenden Gemeinschaft zu sein. Wenn Sie Resonanz mit den geteilten Einsichten finden und Ihr Herz berührt wurde, betrachten Sie es vielleicht als einen kleinen, aber bedeutsamen Schritt, unseren Kanal zu abonnieren. Jedes Abonnement ist wie ein leuchtender Stern in unserem kosmischen Netzwerk, der uns hilft, weiterhin wertvolle Inhalte zu teilen. Wenn Sie diesen Moment des Austauschs genossen haben, zögern Sie nicht, auf das Gefällt-mir-Symbol zu klicken. Es ist eine sanfte, aber kraftvolle Weise, Ihre Wertschätzung auszudrücken und unterstützt uns dabei, unsere Botschaft des Lichts und der Liebe weiter in die Welt zu tragen. Und schließlich, wenn in Ihrem Inneren Gedanken oder Gefühle aufsteigen, die Sie mit uns teilen möchten, laden wir Sie herzlich ein, Ihre Perspektiven und Erfahrungen in den Kommentaren zu hinterlassen. Jeder Kommentar ist wie ein Samenkorn, das in die fruchtbare Erde unseres gemeinsamen Bewusstseins gepflanzt wird, aus dem Wachstum und Verständnis sprießen können. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir Ihnen unseren tiefsten Dank aussprechen. Ihre Zeit, Ihr offenes Herz und Ihre Bereitschaft, gemeinsam mit uns zu wachsen, sind das wahre Geschenk. Möge jeder Schritt, den wir zusammen auf diesem Weg gehen, uns näher zu unserer wahren Essenz und dem unendlichen Licht führen, das uns alle verbindet. Bis wir uns wiedersehen, möge Ihr Weg von Frieden, Liebe und unendlicher Weisheit erleuchtet sein. Namaste.